Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich für euch den Glens Goscha 14 Jahre Torniport Finish. Ja Freunde, herzlich willkommen bei mir wieder zur nächsten Whisky-Verkostung. Und heute habe ich euch mitgebracht den Glens Goscha 14 Jahre Torniport Finish. Eine Abfüllung, die schon im Jahre 2020 herauskam. Ich kann euch das Etikett mal in die Kamera halten. So sieht es aus. Ja, wir haben hier einen Whisky, der in Ex-Bourbon-Fässern reifte und ein Finish in Torniport-Fässern bekommen hat. Wir haben eine Fassstärke von 52,8 Volumenprozent. Wir haben einen Whisky, der nicht gefärbt ist und nicht kühl gefiltert ist. Und wir haben einen rauchigen Whisky, Peated. Und bei Glens Goscha ist ja der Rauch immer so, ja, nicht so stark, nicht so kräftig. Das ist dann halt auch ein Rauch, den auch ich dann trinken mag. Weil ich ja nicht so gerne rauchige Whiskys mag. Ihr kennt mich ja, ihr wisst es ja. Ich erwähne das ja immer wieder. Ups, jetzt wollte die Verpackung nicht. Ja, das ist ein ganz normaler Karton. Auch ein bisschen, finde ich, nicht ganz so billiger Karton. Also auch schon schön kräftig, schön stabil. Finde ich gut gemacht. Also reicht für diese Abfüllung. Diese Abfüllung wurde gemacht für das Malls Festival 2020. Das wird ein Festival sein dort. Ich weiß es gar nicht genau. Das findet dann immer mal wieder dort statt. In Campbelltown. Steht ja auch drauf. Campbelltown Malls Festival 2020. Also ist es dann auch ein Festival, was dort stattfindet. Denn ich war noch nie in Campbelltown. Das ist die Region in Schottland, die mich, also Campbelltown und Islay, sind die beiden Regionen, die mich am wenigsten, in Anführungsstrichen, in Schottland interessieren. Natürlich möchte ich da auch mal hin. Ganz klar, ich möchte auch Islay mal kennenlernen und ich möchte auch Campbelltown mal kennenlernen. Aber die sind bei mir reisetechnisch ganz hinten angestellt. Erst möchte ich gerne alles andere sehen. Ja, und Glenskoscher ist, wie gesagt, kommt aus der Region Campbelltown. Ihr wisst ja, drei Destillerien müssen zusammen noch in einer Region sein, um sich Regionen nennen zu dürfen. In dem Fall ist es Glenskoscher, Springbank und Kilcarran. Also hier Glenguil. Kilcarran ist der Whisky. Glenguil ist die Destillerie. Und somit gibt es die Region Campbelltown. Früher gab es da mal auf der Halbinsel Kentire oder in Campbelltown direkt, glaube ich, um die 30 Destillerien. Also das muss man sich mal überlegen. Campbelltown ist ja nur ein Ort. Und da in der Region drumherum waren über 30 Destillerien. Ich glaube sogar noch mehr, 34, 35. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber so in dem Dreh. Also da wurde heftig, heftig viel Whisky gebrannt früher. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, die Destillerie Glenskoscher brennt auf einer Wash und einer Spirit Still. Und haben ein Produktionsvolumen von 800.000 Liter pro Jahr. Also eher zu den kleineren Brennereien gehörend. Zu denen, die weniger produzieren. Für deutsche Verhältnisse wäre das natürlich viel, viel Whisky. Aber für schottische Verhältnisse, sage ich jetzt mal so, unter eine Million Liter eher die kleineren Brennereien. Ja, ihr seht, die Flasche ist auch so gut wie leer. Die hatte ich gerade mit ein paar Freunden noch am Wickel gehabt. Da war noch viel mehr drin. Aber bevor sie dann ganz leer wird, habe ich gedacht, mache ich noch dieses Video. Denn ihr seht, da ist ja vielleicht noch ein Drem drin. Viel mehr ist es nicht. Ja, wie gesagt, wir haben den schon probiert. Und ich fand den nicht schlecht. Und meine Freunde fanden den auch nicht schlecht. Und da habe ich gedacht, ja, dann muss ich ja davon mal ein Video machen. Denn, ja, Glenskoscher ist eigentlich auch die Brennerei auf Campbelltown, die mich dann von den dreien noch am ehesten interessieren würde. Weil Glenskoscher habe ich schon einige gute Abfüllungen auch gehabt. Der Viktorianer, um nur eine zu nennen. Und ja, da kann man dann ab und an auch mal eine Abfüllung erwischen, die einem sehr gut schmeckt. Aber auch, genau das Gegenteil, das habe ich auch schon mal gesagt, ich habe auch eine meiner schlechtesten Whiskys leider von Glenskoscher probiert. Muss man auch dazu sagen. Also das ist eine Destillerie, die in meinen Augen sehr, sehr polarisiert. Also hervorragende Whiskys machen kann, sowie auch genau das Gegenteil. Aber wir sind jetzt bei diesem Whisky und ich habe ja schon gesagt, wir haben natürliche Farbe, also Natural Color. Und ihr seht, Tawny Port Finish, der Farbton, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt in der Kamera, geht ein bisschen in das Rötliche über. Also es ist ein rotbrauner oder ein rotgoldener Ton, so ein bisschen. Und das ist natürlich ganz klar dem Portwein geschuldet. Und ja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zum Whisky. Oh ja, kommt natürlich gleich eine sehr, sehr dolle Süße rüber. Also der ist sehr arg süß. Der ist sehr arg süß. Also die Nase, die ist brutal süß. Süß und dann so dezent dahinter so ein leichter Rauch. Also kein starker Rauch, kein großer, großartiger, starker Rauch. Ein leichter Rauch, den ich in die, so ein bisschen in die Lagerfeuerrichtung schieben würde. Bisschen Lagerfeuer, bisschen vielleicht auch aschige Noten so. Der Rauch. Ansonsten dominiert hier so diese Süße. Ganz arg, ganz arg süß. Und der Rauch dahinter und dann noch eine Fruchtnote. Die habe ich jetzt auch, die kann ich jetzt auch haben. Aber ich kriege sie nicht zu greifen. Ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist. Aber es ist, es riecht fruchtig dahinter. Ein bisschen maritim, so ein bisschen, ja, ein bisschen so salzige, salzigen Duft. Ja, Salz riecht ja nicht, sagt man ja immer wieder. Aber ich habe so ein bisschen, ein bisschen Seeluft, ein bisschen salzige Luft, so, die man so kennt von... Vom Meer, wenn man so am Meer spazieren geht, ne? Ihr wisst ja, wenn man so, ja, am Meer halt spazieren geht, so diese salzige Luft, die dann da so ist, ne? Ja, ich würde sagen, wir quatschen da gar nicht mehr lange. Was habe ich gesagt? 52,8 Volumenprozent. Natürlich probiere ich da erst mal pur. Vielleicht brauche ich sogar gar kein Wasser reinmachen, weil so um die 50 Volumenprozent ist ja immer so meine Trinkstärke eigentlich. Die ich so für mich rausgefunden habe, ne? Aber ich habe mir sicherheitshalber mal Wasser hingestellt. Aber ich probiere erst mal so. Also, Slange war. Oh ja, schön, kräftiger Antritt. Nicht zu kräftig, aber, ja, ich finde genau richtig. Prickelt ein bisschen auf der Zunge. Keine Fehlnoten aktuell zu spüren. Ich finde, schöner, dezenter Rauch, der so aus dem Hintergrund mit rauskommt. Vorne weg aber die Süße. Schöne, süße, eine fruchtige Süße. Bei den Früchten bin ich jetzt eher so, ja, jetzt habe ich auch in der Nase, oh ja, jetzt. Wenn die Sinne sich wieder dran gewöhnt haben an die ganze Geschichte, kriegt man auch in der Nase intensivere Aromen. Und jetzt habe ich eindeutig eine Frucht. Ganz klar eine Fruchtnote und ich kann sie jetzt auch zuordnen, glaube ich. Für mich sind das Beerenfrüchte. Dunkle Beeren, Johannesbeere, vielleicht auch eine Himbeere noch. Genau, ja, das sind eindeutig Beerenfrüchte. Ich sage mal, Johannesbeere, Himbeere, süße Himbeeren, aber, ne, schon schön ausgereifte Himbeeren für mich. Ganz dezenter Rauch, also es ist nicht viel Rauch hier drin, ne, es steht zwar pietet, richtig pietet drauf, aber Glenskoscher macht ja halt auch nur, ähm, hat ja auch halt nur so einen leichten Rauch, ne, also macht leichte Rauch-Whiskys, ne. Wunder, wunderschöne Nase, also gefällt mir echt sehr gut dieser Whisky. Ich würde gleich glatt weg nochmal probieren. Mmh, lecker. Also das ist ein Glenskoscher mal wieder, der mir richtig gut gefällt, muss ich sagen. Und da gefällt mir auch der Rauch, also sowas kann ich dann auch rauchig trinken, muss ich ehrlich sagen. Also das ist dann wirklich ein sehr schöner, angenehmer Rauch, nicht penetrant, sticht nicht in den Vordergrund. Im Vordergrund sind die Süße, die Frucht jetzt und der Rauch, so ganz leicht von hinten dezent, kommt der Rauch mit raus, finde ich wunderschön. Wunderschöner Whisky. Oh ja, super, super schöner Whisky, also gefällt mir wirklich sehr gut. Limited Edition steht hier drauf, jetzt habe ich mich natürlich im Vorfeld nicht erkundigt. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Wie arg der limitiert ist, ich weiß, dass der aktuell auf dem ersten Markt nicht mehr zu bekommen ist, aber ihr kriegt ihn auf dem zweiten Markt noch. Also wenn ihr mal in der BES mal schaut, da verkaufen einige noch diese Flasche so um die 110, 120 Euro rum. Das muss natürlich dann auch jeder für sich entscheiden, ob ihm das wert ist. Ich finde, 14 Jahre Fassstärke, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, ja, der schmeckt mir außerordentlich gut, muss ich sagen. Könnte man 110 Euro dafür auch bezahlen. Immerhin, man bekommt ja einen wunderschönen Whisky dafür. Und ihr wisst ja aktuell, auch letztes Jahr schon, aktuell sind ja die Preise sowieso sehr hoch beim Whisky. Ja, schöner, schöner Whisky, muss ich sagen. Ja, Freunde, dann möchte ich das auch gar nicht so lange werden lassen, das Video. Also wie gesagt, das ist ein wunderschöner Whisky in meinen Augen. Einer von Glenskoscher, den man sich wieder mal kaufen kann. Also sie machen auch ab und an für mich auch schöne Whiskys, aber auch genau das Gegenteil. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ja, dann würde ich sagen, für mich, von mir gibt es eindeutig eine Kaufempfehlung für diesen Whisky. Daumen hoch. Preis, wie gesagt, 110 Euro, circa ist er noch zu haben auf dem Zweitmarkt. Muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das ausgibt. Aber mir wäre das durchaus wert. Freunde, dann bleibt mir nur noch zu sagen, bitte abonniert meinen Kanal, wer das noch nicht getan hat. Vielleicht auch, wer neu dazu gekommen ist, abonniert den Kanal. Macht die Glocke dann an, dann verpasst ihr kein Video mehr. Lernt mich vielleicht auch mal kennen dieses Jahr. Sollt es ja wieder kräftig weitergehen mit Whisky-Videos. Und viele, viele schöne Whiskys werden dieses Jahr auch wieder anstehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, würde mich dann hiermit auch von euch verabschieden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Ciao.